Meine Parkwatch-Challenge ist vorbei und wir haben einen Gewinner. SoftAimTV hat den Parcours in 1 Minute und 42 Sekunden geschafft. Hier seht ihr übrigens seinen Gewinner-Run und seine unglaublich coole Reaktion am Ende, als er festgestellt hat, dass er einen neuen Rekord hat. Also schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Der zweite Platz geht am Mini-Sturm. Platz 3 und 4 sind auch Accounts von SoftAimTV und deswegen aus Erwertung. Dritter Platz ist damit Einfach-7i. Vierter Platz ist Gersten 05 und knapp dahinter geht der fünfte Platz an Lavalama 85. Und ihr glaubt nicht, wie viel Skill es braucht, um den Parcours so schnell zu durchlaufen. Ich meine, ihr könnt es ausprobieren. Das Spiel könnt ihr nämlich immer noch gratis auf kurz zocken. Bitte. Bitte. Gott, bitte. Bitte. Hab Erbarmen. Hab Erbarmen. Ja! 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 Erster Platz! Erster Platz! Oh mein Gott!